Harry Golombek war ein britischer Schachspieler. Während des Zweiten Weltkrieges trug er wesentlich zur Entzifferung der deutschen Rotorschlüsselmaschine Enigme bei. Golombek studierte Philologie am King's College London. Nach Kriegsende lebte er in Schalfont St. Childs. 1966 wurde er von Königin Elisabeth II. geehrt und von ihr in den Order of the British Appear aufgenommen. Schach Golombek war ein herausragend spielstarker englischer Schachmeister und gewann 1947, 1949 und 1955 die britische Meisterschaft. Zwischen 1935 und 1962 nahm er an neun Schacholympiaden teil. Er war der erste britische Schachspieler, der sich für ein Interzonen-Turnier qualifizieren konnte. Für seine Erfolge erhielt er 1950 von der FIDE den Titel Internationaler Meister, 1985 wurde er zum Ehrengroßmeister ernannt. Darüber hinaus arbeitete er mehr als 40 Jahre lang als Organisator für die FIDE und in der Regelkommission mit. Auch wurde er häufig als internationaler Schiedsrichter eingesetzt, unter anderem bei sechs WM-Kämpfen. 1979 war er zusammen mit Gertrude Wagner Schiedsrichter beim Interzonen-Turnier in Rio de Janeiro. Viele Jahre lang war er Schachkorrespondent für The Times. Von 1938 bis 1940 arbeitete er als Herausgeber des British Chess Magazine, in den 1960er und 1970er Jahren als ausländischer Berichterstatter für diese Zeitschrift. Außerdem war er Herausgeber der 1977 erschienenen in Cyclope Idea of Chess. Er veröffentlichte mehr als 30 Bücher, von denen einige später in mehrere Sprachen übersetzt wurden, unter anderem Meritys Best Games, Kepper Blankers Best Games, A History of Chess, Bletchley Park. Harry Golombek befand sich im Jahre 1939 zusammen mit seinen Mannschaftskameraden Stuart Milner, Barry und Hugh Alexander in Argentinien bei der in Buenos Aires stattfindenden 8. Schach-Olympiade. Während des laufenden Turniers wurden die Teilnehmer vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überrascht. Nachdem Großbritannien als Reaktion auf den deutschen Überfall auf Polen dem Deutschen Reich am 3. September 1939 den Krieg erklärte, Golombek und seine Teamkollegen brachen daraufhin das Turnier ab und kehrten sofort nach England zurück. Golombek trat der sogenannten Government Code and Cypher School bei, die sich etwa 70 Kilometer nordwestlich von London in Bletchley Park befand. Dabei handelte es sich um eine Tarnbezeichnung für die militärische Dienststelle, die sich im Zweiten Weltkrieg erfolgreich um die Entzifferung des Nachrichtenverkehrs befasste, den die deutschen Militärs mit ihrer Schlüsselmaschine Enigme verschlüsselten. Golombek arbeitete unter der Leitung von Alan Turing in der Hood-Aid, in der sich die britischen Code-Knacker speziell mit der Entzifferung von Funksprüchen der deutschen Kriegsmarine befassten, die mit der Schlüsselmaschine Enigme M4 verschlüsselt waren. Zur Entzifferung verwendeten sie ein seit Jahrhunderten bekanntes und bewährtes Verfahren, nämlich die Methode des wahrscheinlichen Worts. Hierbei errät, vermutet oder weiß der Angreifer, dass im Text eine bestimmte Phase auftritt, beispielsweise ob IERKOMMANDODERWEHRMACHT. Dieser Krip wird verwendet, um eine elektromechanische Entzifferungsmaschine, genannt die Turing-Bombe, die von Alan Turing ersonnen wurde, geeignet einzustellen und mit ihrer Hilfe die unbekannte Walzenlage und Grundstellung zu finden, die die deutschen Verschlüsseler zur Verschlüsselung gewählt hatten. Es gelang den britischen Code-Knackern von Bletchley Park, die Entzifferungsfähigkeit der Enigme mit Ausnahme einiger Unterbrechungen für die gesamte Zeit des Krieges zu erhalten und damit wesentlich zum schnellen Sieg der Alliierten beizutragen.